Musik Okay, Jason, denk an Indy. Das Siegel kann ich sicher drücken. Hahaha, hat funktioniert! Das ist ein Mann. 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 gehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenne dein Ziel. Ich kenne dein Ziel. Ich kenne dein Ziel. Ich kenne mein Emotion. Wie zum... Du, du Ficker. Du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst. Ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace, keine Sorge. Denk an Keith. Keith. Keith heult die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul. Nein, 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 erst noch eine Geschichtsstunde. Hör zu. Also, Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Buck, Sir. Natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar. Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha-Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner. Aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat seinen Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Hm, der Schatz. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Hm? Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben. Aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hm? Hau rein. Viel Glück. Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Scheiße! Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Chinesen, ja? Aha! Bendeut, Rektau! Hupsa! Oh! Oh! Ich gehe nachsehen. Nervé! Tombo! Nervé! 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 Dump! Nervé! Nervé! Mein Gott, mein Gott, mein Gott! Ich hab absolut nicht vor, mich grillen zu lassen. Scheiße! Scharfschützen! Ich muss langsam machen. Scharfschützen! Scharfschütze! Scharfschütze! Achtung! ARD Text im Auftrag des ZDF! Arsch! Depplimatische Reaktion! 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 Diese Kunde hat mich für mich aufgehoben! Ich verbranke mich! Ich verbranke mich! Da! Blöde! Grenade! Ha, frech Dreck! Seh zu, klar! Okay, wenn du nicht kommst, muss ich dich verholen. Ach zur Scheiße! Mal, 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 mal! Ah! Genau! Ich probier den Kompass! Ha! Ja! Ja! Sehr nett hier! Eine Sackgasse. Es muss einen Weg geben, es zu aktivieren. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Sie ist der Weg. Es gibt einen Weg. Geh! Ekelhaft. Ekelhaft. Warum habe ich kein gutes Gefühl dabei? Wow. Oh nein. Nein, nein, nein! Oh, na da komme ich sicher nicht raus. Oh, naja! Wow! 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 Oh, naja! 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 Untertitelung. BR 2018